hallo und jetzt willkommen zurück hier zu mass effect 3 ja wir sind jetzt auf dem kleinen mond da wo wir jetzt die mission beginnen wollen und zwar da können wir jahre und james auswählen mehr gibt es da kann auch aussehen nehmen also wir können immer durchsetzen alle aussehen sehen ganz schön aus weiß ich jetzt gar nicht was ich nehmen soll vielleicht einmal das aussehen und bei james kann man das auch dann auch mal ja das sieht mir ein bisschen so cyber bot mäßig aus ist nämlich jetzt nicht das dicke schenkel ja so mit so einem komischen ziel dings da noch hier und ja ich nehme mal das aussehen ihr könnt ja mal sagen was ihr so davon handelt wie es ihr schön findet so auswählen und auswählen da gibt es nichts groß zu machen annehmen so was kommt jetzt jetzt kommt der frachtraum mehr jetzt können wir ja noch mal waffen durch gucken ja pistolen was man habe ich dann ein mod für eine schwere pistolen ja gut wir haben ja vier prozent also wir haben ja bei uns die mods eingebaut ja dann können wir zurück dann können wir noch gucken hier aber sturmgewehr da man kein wort für da kriegt aber die vindicator drauf bei den schrull finden aber auch schon gewählt da haben wir noch ein mod drauf für das bauer beides mein bestätigung das ist bei denen jetzt hier so gemacht im prinzip ähnlich zum ersten teil wird beim ersten teil hat man keine beschränkung von ihrem gewicht ich meine hier die haben jetzt eh keine beschränkung nur mir aber ja so bei ihr haben wir schon die pistole drin mods für die bist du da haben wir nicht und die haben unternehmen ob dirk drin gehabt genau so zurück dann machen wir lang um bestätigung und punkte ein punkt da ist nichts zu kaufen für bei james können wir bei verstärkung noch mal rauf gehen so zurück bestätigung man kann es ja noch mal mit null resetten das geht hier für 0 so jetzt sehen wir hier anscheinend schlachtfeld ok ja mal schauen das sind rieber pfü aber die rieber die machen der blatt oder ja da fährt sich hier aus und ja die mit ihrer waffe zack punkt bricht schon das nächste schiff auseinander jahr da sind die jäger die jäger sind aber auch irgendwie aus wie klein rieber aber es sind ein allianz jäger genau so wir springen jetzt rein und vielleicht uns hier gerade mal vorbei anscheinend so auf den mond hier da schlagen auch explosionen ein oder so das ist immer aufgesetzt mit dem schiff oder mit dem shuttle ich weiß es gar ja verdammte scheiße sie werden ausgelöscht das stärkste militär der galaxie und die reaper erscheint es einfach ein war das auf der erde auch so ja ja es tut mir so leid ja nichts kaufen die landzone öffnen sie die luke ok so es geht los maschinengewehr so lande zum räumen sagt und sagt und sagt wo ist noch einer hallo sind auch hier oder was ich bleibe hier im schief näher geht noch raus ja ok ach das war schon da kommen ja gar keine gegner mehr hier alle platt gemacht nachladen wir aber nicht schlecht macht er schon tot worte hat es zerfetzt was denkt gar nicht dran hat das war es soll ich hier trüben noch irgendwas liegt hier was ich sehe jetzt hier nichts ja die mann was ein komisches geräusch ja wir müssen wahrscheinlich hier hoch da können soldaten fragen ja ok dann gehen wir mal dahin um die ecke rum so wie renne ich denn mit leertaste da kann mal runter spitzen da ich besonders ja als ich meine man hätte da noch sogar zogen können aber es kann sein dass da noch eine ziehen optik gibt ja da in dem stand ist auch nichts mehr da ist niemand dann gehe mal weiter ja ich sind ja jetzt immer hier irgendwie kurschen rein zu suchen ja wir tun euch nichts wir gehen ja einfach mal durch dankeschön dass er ins rein lasst den kommunizierenden offizier müssen wir finden so was haben wir hier da haben wir mit geht brauchen wir eigentlich so gut wie nett wir nehmen aber einfach das mit mit king xp dafür so was soll ich noch machen das sind hier tote ok was haben wir hier drüben noch mal so ein kommandostand da liegt ein datenpad lagebericht die kennt dieses terrain ist unser einzig vorteil aber der hält nicht ewig wenn sie weiterhin ihre druckung auf und setzen wir erhalten dieses wie so lange wie möglich ich verlinke meinen transponder mit dem vital signal überwachungssystem in den anzügen der einheit wenn er ausgeht schicken sie schnell wie ich eine andere einheit ja ja ok ach wir haben level aufstieg bekommen naja gut so was liegt hier ein datenpad untersuchen credits to your data ein befehl was am 97 weiber was ist das ich guck mal was das ist überhaupt moment mal ist es ein neues sniper gewehr valiant ist jetzt besser video ich gerade habe dass der mantis neu ach die weiber ja dies neu moment war ja weniger gewicht kapazität ist annähernd gleich feuergeschwindigkeit wer gleich schaden ist geringer die präzision ist gleich naja komm aber wir gehen immer weiter runter vom schaden her das ist doch ganz blöd und ja wir hätten hier aber halt wieder besseres gewicht ne mods können wir momentan nicht reinbauen ja gut vielleicht später weil wir jetzt hier die mods nicht ändern können da bräuchte meine waffen bank wir lassen es jetzt mal so weil ich möchte eigentlich nicht ungemottet reinnehmen hier die waffe die weiber ist freigeschaltet gut momentan mal hier haben wir nämlich ein paar leute so was ist hier ach ihr wolltet reden ich gehe mal hier so durch ne so da drüben stehen welche was ist hier das auch so komischer stand da liegt noch mehr tode ja krieg fordert immer tode was mit euch bringen sie ihre männer auf die nordbarrikade bringen sie irgendwie den kommunikationsturm zum laufen so ich bin wegen primarch fedorien hier primarch fedorien ist tot shuttle wurde vor einer stunde abgeschossen als er versuchte den mond zu verlassen ja wie sind die lage hier auf mir nahe wir haben in der letzten halben stunde etwa 400 männer verlor wir haben auf diesem mond lager als vorposten aufgeschlagen um dem feind in die flanke zu fallen eine einwandfreie strategie nur leider relevant ja genau die pure stärke der reaper macht sie anscheinend immun gegen solche taktiken der primarch und seine männer mussten das auf die harte tour fahren verdammte rieber stimmt ja auch aber ihr verlust tut mir auch richtig leid tut mir leid ich habe gehört er war ein guter mann und ein freund er hätte einen ausgezeichneten diplomaten abgegeben und wie geht es weiter die tourianische hier hat ganz klare regeln für die nachfolge natürlich general corinthus bei derart schweren verlusten kann ich nicht mit sicherheit sagen wer der nächste primarch sein wird aber das pelven oberkommando weiß es bestimmt allerdings kann ich es im moment nicht kontaktieren der kommunikationsturm ist ausgefallen was durchschwärmen das gebiet wir kommen nicht nah genug ran um ihn zu reparieren keine sorge general ich kriege ihren turn wieder zum laufen danke kommander ich kümmere mich hier um alles weitere also gut dann los so gut also mission etwas abgeändert weil wir noch nicht wissen wird der neue primarch läuft links von der hauptbarrikade ok momentan liegt noch muni ja ein bisschen voll ja warum gibt er mir ständig das maschinengewehr in die hand ich möchte es nicht mensch im sniper so jetzt gucke ich mir aber noch ein bisschen um her hier noch irgendwas wichtiges ein datenpad oder sonst was pistole magazin upgrade ok und noch ein datenpad jawohl und da gibt es mir da credits credits sind natürlich jetzt erstmal wieder ganz wichtig dass wir nachher wieder rausschmeißen können was ist was haben wir da am max arsenal schilderschutz ok hermit muss ich nur wieder daran denken dass ich da mal guck was es ist pistole durchschlag durchschlag mod aufheben jetzt gibt man hier modifikation sehr ohne ende da ok waffen mod station so hier kann man auch gleich mal die pistole modifizieren da hätten wir doch was aber ein durchschlag mod oder was noch ein magazin upgrade also hier den durchschlag mod rein und da unten mehr magazin zack kapazität erhöht ihr wollt bestätigen das zählt aber nur für mich die anderen die kann man anders modifizieren später so moment einmal das ist die predator wie waren das hinter predator naja die hat weniger präzision mehr schaden und eigentlich schon mehr kapazität vollkönlichkeit ist besser ja gut dann machen wir das mal folgendermaßen wir hauen die modifikation auch hier rein so dann ist die waffe eigentlich schon ganz gut hier die nehmen wir jetzt auch zurück und dann haben wir hier verdienen ne für das haben wir nix so aber hier können wir das eine brezelgewehr noch modifizieren so was ist wenn ich jetzt hier zum beispiel den konservationsmodul rein mache und den lauf verlängere so jetzt gucken wir mal die viper kommt jetzt trotzdem nicht ganz an den schaden ran wie jetzt die valiant gut hätten wir jetzt hier die mod nicht drin dann wäre die valiant jetzt gleichwertig mit den anderen mit mods ne gut wenn wir jetzt hier natürlich noch die mods reinbauen würden hier das hier und daher dann wäre das mantis natürlich überlegen ne ja schaden ja präzision ausgewicht bei der mantis ist halt auch ziemlich hoch gut das hätten wir dann 50 prozent aufladetempo der kräfte wollen wir das mal machen wollen wir die jetzt mal nehmen ja kommen wir nehmen die jetzt mal hier wir könnten dafür sogar noch ein bisschen maschinenpistole mit reinnehmen wir gucken mal ah nee doch ja können wir die scharten oder die hirken jetzt mal gucken die hat mehr schaden ein bisschen weniger kapazität ein bisschen mehr gewicht kann man hier noch irgendwie eine motto führen zweimal geht ja auch nicht ne ja dann nehmen wir die jetzt hier noch ja das passt hier vom gewicht her modifizieren ne eh blödsinn zurück ah jetzt kann ich die leute auch noch verbessern hier ok und für die hatten wir ja nix für das jetzt auch nicht und bei ihr da hätten wir jetzt hier auch die mod hier für das hier so kriegt die natürlich auch gleich rein weil sonst müssen wir später nochmal dran denken das war es eigentlich jetzt schon wieder ja das erinnert mich jetzt aber ein bisschen wie an äh deadspace wie gesagt ne mit diesen modifizierungen ja so jetzt müssen wir mal gucken das ist ja weitläufig das Gelände ja so was haben wir hier nix servus habt ihr noch irgendwo ein Datenpad umfliegen thoreanische Soldat damit den können wir reden äh ok ich gucke aber trotzdem noch ein bisschen weiter jetzt haben sie mir schon wieder das Maschinengewehr in die Hand gedrückt so was haben wir hier noch Medkit Datenpad durchsuchen von Commander Hexner betreffend ach Schub sie haben uns Wintersang geschickt ich weiß zwar nicht was sie dachten was wir damit hier wollen äh was wir damit hier wohl anfangen sollten aber ich nehme an wir sollten trotzdem dankbar sein die Energiequellen können so umfunktioniert werden dass sie die Filtereinheiten unserer Kampfausrüstung betreiben auch ganz schön wenn die nicht so schnell verstopfen ok was haben wir da Hane Kedar Beinschienen Hermit ja da finden wir jetzt Panzerung so im ersten Teil war es ja mit Panzerung genauso wie mit Waffen das war einfach nur ein großes Gewühle so was liegt hier noch Sturmgewehr Durchschlagsmord aha das sieht bei der Pistole aus was haben wir hier noch ein M7 dann ist Gimta das ist ja eine Schrotflinte aber ich verwende eigentlich keine Schrotflinten deswegen lasse ich es jetzt mal getrost weg hier so das wäre aber für James ähm wie jetzt hier können wir jetzt weiter warum können wir jetzt hier weiter ich dachte wir müssen hochklettern oder da habe ich das mich jetzt verhört Moment das will ich nochmal abchecken ob ich die Leiter nicht hochklettern soll hoppala ah ne doch wir waren schon richtig so ich möchte aber nochmal kurz an die ja genau ich mache erstmal noch ein paar Wurftechniken hier äh wo war denn jetzt die Werkbank hallo hä wo waren die jetzt Leute ich habe vergessen wo die Werkbank war nicht blöd nö wo war die Werkbank hä die war doch hier irgendwo äh ne hier will ich nicht händucken wir warten hier der Modifizierungsplatz ah da äh da bin ich auch gelaufen so dann gehen wir nochmal geschwind her was war das jetzt schon ich habe es vergessen ich glaube Maschinenpistolen kann das sein ne doch nicht äh bestätigen was für Pistolen ne was nicht der A4 Stimmgewehr genau so äh Durchschlagsmod was haben wir noch nix mehr bestätigung so das äh wäre auch für James noch drinnen ne der kriegt da mal gucken wir mal die Crusader hat er momentan die neue die Skimta hat welcher Schaden äh aber auch deutlich weniger gewiss äh die Präzision ist total zu wünschen ne das kann ich dem nicht antun der Behält ist hier er kriegt hier noch die Mods drauf wenn das hier zentral für die Waffen wäre das wäre auch genial aber haben sie leider nicht so konzipiert dann müssten wir bei jedem jetzt hier rumstellen naja man muss ja noch was zu tun haben ne äh falsch so da geht es weiter so dann gehen wir weiter hier durch mach die Tür wieder auf so so was haben wir hier niemand erwiderte es in die Hand gedrückt Mensch äh wohin schießt der eigentlich der ist doch schon tot äh Junge was machst du da achso viel Glück äh danke guten Tag ich stelle euch mal meine neue Waffe hier vor ach das sind ja noch ein paar kam ach der ist schon hier naja gut dann machen wir noch mal toter ja Singularität hat die da gemacht okay noch jemand nö so was haben wir denn hier oben um fliegen da brennt was so so gerne ich hier offene Felder mag aber das ist jetzt hier ein bisschen weitläufig so was haben wir denn hier schönes da liegt ein bisschen Muni rum was ist das hier ah das ist der Turm Kommunikationsgrad Turm ähm ich gucke aber jetzt mal nochmal geschwind hier rum was hier noch so ist was ist das das flimmert so komisch was ist denn das ach das brauchen wir wahrscheinlich gleich so dann machen wir mal den Turm wird wahrscheinlich nicht so auf Anhieb gehen oder wir können sie von diesem steuerpult aus nicht warum nicht ähm ja im Moment ja passieren sie den Turm James führen sie die Reparatur durch ähm ja kommt das macht mal James James sie reparieren den Turm wird gemacht kann zwar eine Weile dauern aber ich gebe mein bestes was dachte du bist ein guter Techniker jetzt nicht mehr ja da hast du hirn geflogen zack na ich sehe wenn ihr einen stein ist zack achtung ja hinter dir haben erledigt kommande auf dem weg nach unten na da kommen neue so haben wir noch was alle tot ah ne ah ah gut gesehen okay so bam kann ich mal hallo warum müsste mehr im weg sein ne da ist schon tot ah daneben mist ja laufende ziele sind immer schwer zu so ein guter Schneider bin ich auch nett der hätte mich mal bei battlefield sehen müssen ah leute helfen mir doch mal ja mensch ist aua was f dringend zum fliehen moment mal da kommt immer mal noch leute vorbei moment mal was soll das sein ist munition ich kann das nicht einsammeln vielleicht sind es auch granaten das kann auch sein warte mal ich probiere mal was granate so flub sind ja haftgranate das ist eine große munitions kann auch sein egal das haben wir den granaten verschwendet da haben wir wieder da drüben schiff schiff drücken und rennen also wir müssen jetzt hier wieder genau den gleichen weg zurück rennen oder wie moment mal ja radars sagt gar nix wie war das n naja doch in hier generell konfrontiert da müssen wir dahin was war das servus das immer wieder lasst uns rein ja lassen sie ok dankeschön so jetzt gehen wir zum gerindius menschen mit dem da denke ich gerade an was das will ich jetzt aber lieber nicht sagen so da war es ja so servus was haben sie wie ihre begleitung schon sagte ist die nachfolger eigentlich ganz einfach aber im moment herrscht chaos in der hierarchie viele sind tot oder werden vermisst da bist du ich auch irgendjemanden der mir die thurianischen Ressourcen zur verfügung stellen kann ich arbeite daran shepherd wir werden den primarche für sie finden ok wir sollen den ja mitbringen garras ah vicarion sir ich habe sie nicht eintreffen sehen rühren general vorhat mich sie wiederzusehen ich dachte sie wären auf wenn wir diesen mond verlieren ist auch verloren ich bin so etwas wie unser größter experte was reaper angeht und deshalb als berater tätig james das ist garras vicarian er hat mir geholfen die kollektoren aufzuhalten er ist ein verdammt guter soldat lieutenant schön sie zu sehen liara schön dass sie in einem stück sind den james sagt der nächste primarch general adrian victus ist den namen hat ich schon mal vorliegen kennen sehen? Ich habe heute Morgen an seiner Seite gekämpft. Schon ewig beim Militär. Ergebnisorientiert beliebt bei den Truppen. Beim Oberkommando weniger. Er hat den Ruf vorgegeben, der Strategien sehr großzügig auszulegen. Äh, großzügig auslegen? Wie meinen Sie das? Sein Trupp hat während der Aufstände auf Tetris zur selben Zeit wie die thurianischen Separatisten einen salarianischen Spionagering entdeckt. Statt den Ring zu neutralisieren, hat er sich zurückgezogen und wertvolle Befestigungsanlagen aufgegeben, die von Rebellen erobert wurden. Dann haben die Rebellen die Salarianer angegriffen und als beide Seiten sich gegenseitig fast aufgerieben hatten, rückte Victis vor und verlor keinen einzigen Mann. Eine mutige Strategie, aber unkonventionelles Verhalten bringt einen in der Hierarchie nicht nach oben. Remarche Victis, das dürfte interessant werden. Ja, brauchen du man schon, aber kann ich ihm vertrauen? Kann er der Aufgabe gerecht werden? Wir wissen beide, dass man mit konventioneller Strategie gegen die Reaper untergeht. Er könnte im Moment genau der richtige sein und ich vertraue ihm. Okay, bringen wir ihn ins Shuttle und dann weg von hier. Commander! Shepard, bitte kommen! Kann das nicht warten, Joker? Wir sind hier mitten in einem Kriegsgebiet. Wir haben ein Problem auf der Norm an die Commander. Sieht aus, als wäre sie besessen. Schalte Systeme ab, fährt mich los. Äh, was? Ich finde die Ursache nicht. Ich brauche die Normandy auf Abruf. Kann sein, dass wir schnell weg müssen. Soll ich zurück und mir die Sache mal ansehen? Dann los. Gareth, Sie waren doch heute Morgen mit Victis zusammen. Ja, aber wir wurden getrennt. Er wollte eine gefährdete Flanke unterstützen. Er könnte überall da draußen sein. Wir versuchen gerade mit ihm Kontakt aufzunehmen. Heuschrecke nähert sich. Oh, nö. Hat jemand hier ein Bazooka dabei? General, sagen Sie, wie mach ich weg, dass wir treffen uns hier. Und bis dahin kümmern wir uns um alles, was das Ding abgeworfen hat. Äh, komm Sie, Gareth. Ist das ein Witz? Bin direkt hinter. So, äh, verteilt euch mal Leute, ne? Dann auf einem Ding hier hocken. Ich glaube, es geht los. Äh, wo müssen wir denn lang? N? Äh, hallo? Ah, N? Was sind das hier? Ah, noch ein Datenpad. Äh, ach so, ja, das kennen wir schon. Danke. Ja. So, wir müssen hier längs. James, sind Sie, dass der da so schwer atmet? Die Atmosphäre ist lediglich etwas dünner als gewohnt, sonst nichts. Fluxel, sowieso lieber als Warte, 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 hau. Ah, gut da. Äh, so, einmal nachladen, bitte. Ah, ja, Kugel, ne? So, da kriegt deine ab hier, wenn der Kugel immer. Äh, ja. Ja, jetzt komm. Hier in den blöden Beinen hier. Ich weiß nicht, dass ich hier camp, aber das ist jetzt einfach mal so. Äh, tschüss hier, du komischer. Ah, ja, der macht ein Headshot auf jeden Fall. Moment. So, pam. Ah, ich hab dann verzogen wieder. So, jetzt ist er aber kopflos. Ich glaube, wir sind hier fertig. Jo, sehr gut. So, äh, Mission voll, danke. So, ähm, hier liegt überall im Mund rum. Okay. Ne, ist doch nicht das Flugfeld hier, oder? Ist irgendwas wichtiges? Sieht nicht so aus. Können wir einfach so einen Kleider nehmen hier und so einen Namen, die fliegen oder so? Ist nicht möglich. So, was liegt denn hier noch? Vorrat bergen. Credits. So, lass mal sehen. Hier sind ein paar kaputte Shuttle und so das Schiffe halt. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Äh, wie war das? N? Ach, nach da links, he? Wie bitte? Wie, ich soll? Ach so, ich soll hier wieder zum Kölner Ralf zurück. Ach so. Das ist ja hin und her, ja. Was ist das? Ah, Stummgewehr Magazin Upgrade. Nehmen wir natürlich auch gern mit. Müssen wir dann wieder integrieren in die Waffen. So, danke. Ja, hier. Ich versuche immer noch den Primarchien zu erreichen, aber wir haben Ärger hier an der Hauptbarrikade. Ah ja. Ja, dann helfe ich doch schwindet mal. So, Barrikade. Äh, kann ich hier jetzt im AppG rein, oder wie? Das ist ja geil. Dann will ich das mal machen. So, Schwapp. Und... so funktioniert das ja. Geil. Ich liebe solche Sachen immer wieder. Äh, überhitzt mich. Äh, äh, ja, überhitzt. So, noch jemand? Was hätte ich dir nachladen? Ach so, das ist nachladen. Das ist ja Pillepalle. Was? Ich habe gedacht, das wäre überhitzt. Das Ding überhitzt sich oder so. Pillepalle. Ja, Pillepalle. Ach. Ich wollte nicht nachladen. Da denke ich jetzt mal, das Ding ist überhitzt, weil es war ja aber am ersten Teil so, wenn es biebibibibibibibib gemacht hat, dann war überhitzt. Sie sind auf der Barrikade. Ja, dann, äh, tönet die doch unser... Ah, ich kann nicht so. Ja, doch jetzt kann ich. Sag mal, der Pauper zweigeschütztes wäre viel besser, ja, zu verteidigen. Da kann ich nicht überall sein. Äh, immer diese Nachladerei. Oh, nee. Was ist denn das? Was zum Teufel ist das denn? Äh, was ist das? Achtung! Ah! Hilfe! Oh. Äh, und jetzt? Äh, äh, Rohling. Warte mal mit, äh, Feuer war da immer gegen den Panzer. Gut. Äh, Ich muss hier weg. Äh, lass mich hier. Lass mich leben. Ich will leben. Ich will leben, wir, ja, ja. Äh, Granate, Granate. Wie waren sie hier? Ähm, 8 vielleicht mal. Äh, hau ab! Hau ab! Hau ab! Äh, falsche Waffe. Äh... challah! Ja, wohl. So, ähm, Feuer. sollte alter rohling du war dies geil ist ja gut bringen sie mich zu victor's letzte position ja moment ja gut leute ich mache hier mal einen kleinen cut rein die folge wird sonst viel zu lang ich wieder noch ein paar kodex herab spielen lassen ja und wer nämlich dann noch ein bisschen mithorfen will das ist eigentlich für den zu lang wird ja also ich sag jetzt schon mal wieder tschüss bis zum nächsten mal ich hoffe es hat euch gefallen ich danke auf jeden fall für es zu sehen und ja bis zum nächsten mal euer commander legula shabat die reaper sind ein mythos der bei mehreren marodeure sind geerntete turianer die andere rieber truppen befehligen und beschützen die schlanken gepanzerten kreaturen sind an sich schon eine bedrohung aber wenn sie einen rieber einsatz trupp anführen sind sie besonders gefährlich allianz marines haben beobachtet die marodeure hasks und kannibalen in ein band aus energie einhüllten das dann eine art panzerschale bildete die standardanweisung der allianz bei der begegnung mit einem marodeur wenn hasks und kannibalen dabei sind lautet daher den marodeur zuerst ins visier zu nehmen der rohling ist die massige verschmelzung von turianischen und koganischen opfern der reaper weil gewebe von spezies mit rechtsdrehenden proteinen wie den turianern inkompatibel mit dem von spezies mit links drehenden wie den kroganern ist regulieren implantate die körperchemie des rohlings um der organabstoßung entgegen zu wirken die fusion die reaper sind ein mythos der bei mehreren kultur der rohling ist die massige verschmelzung von turianischen und koganischen opfern biotech massenportale galten früher als werk der proteaner wurden aber in wahrheit von den reaper erbaut mit einer technologie die das niveau aller anderen lebenden spezies weit überragte die gewaltigen bauten sind über die galaxie verteilt und erschaffen korridore mit nahezu masse freiem raum dadurch sind in nullzeit reisen zwischen orten möglich die mit konventionellen ulg triebwerken jahre oder sogar jahrhunderte dauern würden primäre massenportale können schiffe tausende von lichtjahren weit transportieren allerdings ist das ziel auf ein einziges anderes portal irgendwo in der galaxie beschränkt im unterschied dazu können sekundäre portale nur wenige hundert lichtjahre überwinden dafür aber sämtliche portale innerhalb ihrer reichweite ansteuern viele primäre portale sind unbenutzt ihre ziele noch nicht bekannt sie werden oft bewusst inaktiv gelassen weil etablierte zivilisationen nicht blind eine passage zu einer neuen möglicherweise feindseligen spezies öffnen wollen die reaper sehen das anders und benutzen diese portale bedenkenlos medigel ist eine medizinische heilsalbe die von herzten rettungssanitätern und vom militär eingesetzt wird es ist lokal anesthetikum desinfektionsmittel und blutgerinnungsmittel in einem und daher vielseitig anwendbar nach dem auftragen haftet das gel so lange fest auf der betroffenen stelle bis es durch ultraschall gelöst wird es hält die wunde dicht gegen flüssigkeiten vor allem blut sowie erreger und gase das gel ist ein gentechnisch hergestelltes plasma das von dem auf der erde heimischen medizinischen mega unternehmen sirtr foundation entwickelt wurde technisch gesehen verstößt medigel gegen die rats gesetze zur gentechnologie aber der erfolg des medikaments hat ein verbot bis jetzt verhindert universal werkzeuge sind handgeräte die eine kombination aus mikrocomputer analyse sensor und fertigungswerkzeug darstellen die vielseitigen und verlässlichen universal werkzeuge können die funktionalität der meisten standard ausrüstungen darunter auch waffen und panzerungen aus der distanz analysieren und beeinflussen mit dem fabrikations modul lassen sich zum beispiel dreidimensionale objekte aus gewöhnlichen plastik keramik oder leicht metall resten anfertigen so können mitten im kampfgeschehen reparaturen und modifikationen fast aller standard gegenstände vorgenommen und aufgesammelte ausrüstung neu verwendet werden universal werkzeuge zählen bei soldaten und kolonie pionieren zur standard ausrüstung obwohl nahkampf applikationen für das universal werkzeug fast so alt sind wie das gerät selbst wurden sie bis zur reaper invasion praktisch kaum eingesetzt erst die anforderung direkt gegen mehrere husks vorzugehen zwang die allianz dazu die offensiv qualitäten des werkzeugs zu verbessern die verbreitetste nahkampfanwendung ist die universal klinge eine verbrauchbare silizium kohlenstoff waffe die vom mini fabrikator des werkzeugs blitzgeschmiedet wird die durchsichtige klinge ist fast so hart wie diamant und wird durch ein masseneffekt fällt in sicherer entfernung von der haut des benutzers erzeugt und in der schwebe gehalten warnlampen erleuchten das feld damit die glühend heiße klingen nur das verbrennt was sie soll den gegner technisch versierte soldaten modifizieren ihre universal werkzeuge häufig indem sie die durchschlagskraft mit elektrischer kinetischer oder thermal energie erhöhen andere integrieren die waffe in ihre kinetischen barrieren und machen so aus dem universal werkzeug einen am handgelenk montierten knüppel wieder andere stellen brennbare gase her die von einem masseneffekt fällt in position gehalten und beim aufprall entzündet werden all das sind tödliche überraschungen für gegner die mit einem entwaffneten allianz soldaten rechnen admiral garis vakarian ist ein bekannter thurianischer scharfschütze und kampftechniker er wurde auf pelven geboren und ging wie sein vater zur citadel sicherheit kündigte aber als vorgesetzte seine ermittlung gegen den abtrünnigen spektr sarin arterius einstellten vakarian schloss sich commander shepherds crew an bord der ersten normandy an und fand schließlich heraus dass herren von einem reaper namens sovereign indoktriniert worden war später verschlug es ihn nach omega einem zufluchtsort für verbrecher wo er den namen archangel annahm und mit einer kleinen gruppe daran arbeitete die mächtigen söldnergruppen der ansiedlung im zaum zu halten dort rekrutierte ihn shepard erneut und er überlebte knapp den angriff der zweiten normandy auf die kollektoren seit kurzem leitet vakarian eine thurianische einsatz truppe die mit den vorbereitungen auf die reaper invasion befasst ist